hallo leute willkommen zu einer neuen folge von schiffraknife und sie oft dies wir sind dings wieder zurück wir können zum schiffraknife gehen das war eigentlich jetzt nicht der plan der folge aber wann haben wir auch wirklich einen ordentlichen plan der nicht zusammenfällt der totenkopf oder oder das dann ist alles gut dass alles verläuft nach ballast hier war alles nur ironie das hier habe ich definitiv nicht gerade erfunden haben wir schon mehr jungs fraus mehr jungen sprachen lernen das ist auch viel akkisten mit exotischer seite einmal das ist nicht allerdings das ist wirklich das nicht versteckt habe ich mir schon fast gedacht so ein bisschen daneben haben wir wissen hallo ist mit holz kiste mit seltenem t und wieder umdrehen wir haben insgesamt hier vier karten für shark bait island und dann haben wir noch eine so erster dingspreis so 518 ich habe meinen schädel verkauft ich kann es nicht mal nachdenken so kiste mit holz ja das geht so wie viel kostet seite ich sag 2.000 mal nicht tausend berühmt teiler hört hat sich all die mühe gelohnt oder wird sich jetzt nur all seine täuschen aus entpuppen warum kommen sie nicht rein das ist gruselig auf diesem typen abgeben du musst schon ja so enttäuscht wichtig bruder rest in peace ok das hat sich gelohnt ja die war es wert es tut mir leid bruder du kannst mir jetzt die kugel geben alles gut hoch sechs sieben nein okay sechs aber jiet ab 1 hallo i-beams bkw motherfu das war zu hoch So, dann begebe ich den Plan zurück aufs Schiff damit und dann komm ich... Ah, ich hab's gewonnen. Haben wir schon immer ne Megalodonfigur vorne? Äh, nicht immer, aber jetzt inzwischen ich hab's gekauft. Ah, voilà. Oh Gott. Oh Gott. Nein, ich seh nix. Wer sehen kann, ist im Vorteil. Hey, das ist erloschen. So. Gelöscht. Warte, 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 warte. So, jetzt ist es röscht. Boah, was war das genau? Ich hab was, ich hab was, ich hab nur noch einen Strich vom Leben. Das Wasser besteht nicht nur aus Salz, sondern auch als Alkohol. physical hatte. Nehmeeter da, guter Preis! Wow. Und definitiv guter Preis dieses? Kopfgeldschiedel? Sieh so, das ist ein Kopfgeldschiedel? Ja, das ist auch wieder wach. Und... Schiff? Boah, Bach, ich geh die da mal kurz, äh, begrüßen. Vor uns ist ein Schiff? Und ich bin schon lange nicht mehr auf dem Schiff. Ich bin runtergefallen. Achso, weil dann haben wir kein Problem. Ja, weil unser Schiff fährt voll auf ein anderes Schiff zu. Oh Gott, ob ich das jetzt irgendwie abbekomme. Warum sind jetzt auf einmal so viele Schiffe hier? Vielleicht ein Event oder so? Ich weiß nicht. Ja, aber das war's mit unserem Schiff. Also, es freut sich zu hören, aber unser Schiff ist noch immer selbstständig unterwegs. Ich komm zurück. Oh mein Gott, sieht der cool aus. Ich glaube, die meeresreiche Rückkehr wäre, glaube ich, der passende Täter für diese Folge. Meine Fresse, was ist denn heute wieder los? Ich geh mal lieber ein bisschen... Oh nein, wir bekommen Begleitschaft. Okay, sie sind nicht freundlich. Es wäre nicht daheim schon genug Problem. Ich habe einen getroffen am Steuer. Scheiße, ich bin getroffen worden. Nein! Komm zu rein! Hi! Wir sterben. Wir überleben das nicht. Wir überleben das nicht. Obwohl doch, ich hab sowas runterbekommen. Okay. Ich hab sowas noch runterbekommen. Wir sind wieder gut. Wir sind wieder gut. Also, was heißt gut? Nicht so schlecht wie vorhin. Einer ist vom Boot. Hi! Hi! Äh, ich weiß nicht. Komm, komm. Ja. Wir haben noch zwei Holzplatten. Nein! Ich hab einen Probiant gehabt, hätten wir auch besser. Aber ja. Ich glaub, ich bin mit meinen zwei Stunden Aufnahmen ein bisschen besser dran als du. Mit deiner einen Schwimmel. Ich hab sie komplett unter Brand gesetzt. Das find ich gut. Komm! Ist der Megalodo noch da? Ach du heilige Scheiße! Ich schwimme! Ich schwimme im Schiff! Ich schwimme im Schiff! Okay, äh, halt mich getötter. Aber ich hab einen von ihnen umgebracht. Also dann, Leute. Dank fürs Begleiten von dieser Folge. Wir haben viel erlebt. Ah, ihr seid nicht in die Lifte geschossen. Okay. Wir haben viel erlebt. Sehr viele Schätze geborgen. Haben auch ein schöneres Erlebnis gehabt mit einem Megalodo wieder. Der sehr cool aus dem gesehen hat. Und einem Schiff, was nicht so freundlich war. Was? Wie fühlst du das jetzt noch sagen? Es sieht so cool aus. Äh, aber ja. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wo wir auch ein bisschen mehr, äh, ungestresst, glaube ich, unterwegs sind. Also ich hoffe mal, wenn es wieder so weitergeht. Ja, nächstes Mal bekommen wir einen Kraken. Ich weiß ja, okay, alles gut. Also ja. Danke fürs Zuschauen. Tschööö. Tschüssi Kowski. Tschö. Tschöö. Tschö Scheckowski. Bis zum nächsten Mal.